Und für diesen Namen bekommt man einfach mal 500 Euro. Stell dir vor, du könntest es schaffen, 500 Euro pro Tag nur durch das Schreiben von Namen zu verdienen. Und nein, das Ganze hier ist kein Scherz, sondern nach diesem Video wirst du genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt auch schon zahlreiche Leute, die mit dieser Methode mehrere tausend Euro verdient haben. Und in diesem Video werde ich dir mal eine brandneue Website vorstellen, die ich noch nie auf diesem Kanal hier vorgestellt habe, mit der man jetzt extrem gutes Geld verdienen kann und das einfach nur, indem man Namen aufschreibt. Das Ganze funktioniert tatsächlich, also lehn dich jetzt entspannt zurück und schau dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Es wird sich lohnen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es aufschaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst gerne weitere Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute gibt es eine absolut geniale Methode, mit der es jeder schaffen kann, mit Namen schreiben Geld zu verdienen. Ich kann dir garantieren, diese Methode zum Geldverdienen hast du garantiert noch nirgendwo gesehen. Gib mir jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du noch weitere geheime Methoden zum Geldverdienen in Zukunft haben möchtest auf dem Kanal. Jetzt wird es extrem spannend, also jetzt volle Konzentration und unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn es gibt eine absolut geniale Überraschung in diesem Video versteckt. Wenn man einmal an die erfolgreichsten Firmen der Welt, beispielsweise Apple, Amazon oder McDonalds denkt, was kommt einem da als erstes in den Sinn bzw. was ist da das Wichtigste? Und nein, es sind nicht die Produkte, es ist nicht das Herkunftsland, es ist auch nicht die Fabrik, wie sie aussieht oder auch der Unternehmenssitz. Es ist eine ganz andere und viel einleuchtendere Sache. Und zwar ist es natürlich der Name, der einem als erstes ins Gedächtnis kommt. Das heißt natürlich, ein Firmenname sollte gut im Gedächtnis bleiben und sollte sich natürlich auch gut anhören. Das heißt beispielsweise, eine neue Firma, die einen schlechten Namen hat, den man sich nicht gut merken kann und der niemals gut im Gedächtnis bleibt, die wird es viel schwieriger haben gegenüber einer anderen neuen Firma, die einen sehr guten Namen hat, der gut klingt und der gut im Gedächtnis bleibt. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass gerade auch neue Firmen einen gut klingenden Namen haben und deswegen geben auch viele Firmen besonders viel Geld für einen guten Namen aus. Und da kommst du jetzt ins Spiel und zwar, ich werde dir eine Website und eine Methode zeigen, wie du es schaffen kannst, mit Namen für Firmen Geld zu verdienen. Und falls du dich jetzt fragst, okay, muss ich dafür jetzt mega kreativ sein und mit tausend Namen ausdenken? Nein, ich werde dir auch in diesem Video eine Methode zeigen, wie du es schaffen kannst, mit der Methode Geld zu verdienen, ohne selbst Namen ausdenken zu müssen. Das heißt, lehne dich jetzt zurück und schaue dir das Ganze an. Es wird absolut Hammer. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Plattform namingforce.com. Diese Plattform habe ich dir noch nie auf YouTube gezeigt und es ist eine brandneue Plattform. Zuallererst nochmal der Hinweis, ich bin nicht von denen bezahlt oder ähnliches. Das muss man ja heutzutage leider auf YouTube immer wieder dazu sagen, weil natürlich einige YouTuber sich immer für ihre Meinung bezahlen lassen und dann einfach nur sagen, was die Firmen wollen. Ich habe mir diese Plattform hier selbstständig rausgesucht und finde sie super und deswegen stelle ich euch die Plattform vor. Das heißt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier irgendwas Tolles sage. Aber jetzt stelle ich euch das Ganze einmal vor. Und zwar hier seht ihr es auch schon. Hier könnt ihr eben an sogenannten Firmen, Namen, Wettbewerben teilnehmen und ihr werdet eben dafür bezahlt, wenn ihr hier gute Namen findet. Das heißt, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt euch hier anmelden. Das Ganze natürlich komplett kostenlos, werde ich euch gleich Schritt für Schritt zeigen und dann könnt ihr hier auch schon Namensvorschläge geben und werdet dann dafür bezahlt. Dazu klicken wir einmal oben auf Wettbewerbe drauf und da sehen wir schon drei verschiedene Kategorien. Das heißt, hier haben wir nochmal die ganzen Wettbewerbe, die aktuell laufen. Also hier solltet ihr auch schnell sein. Beispielsweise dieser Wettbewerb geht nur noch einen Tag. Und bei manchen Firmenamen ist es eben so, dass man 100 Euro kriegt, bei manchen kriegt man 200 Euro und bei manchen kriegt man sogar einfach 500 Euro. Und ich habe einen Titel geschrieben, 500 Euro pro Tag, aber ich kann es euch sagen, man kann mit dieser Methode auch deutlich mehr verdienen, weil ich denke mal, man braucht nicht einen ganzen Tag, also man braucht niemals 24 Stunden, um einen einzigen Namen sich auszudenken. Das heißt, man kann auch noch deutlich, deutlich mehr damit verdienen und das Ganze funktioniert wirklich in vielen verschiedenen Bereichen. Das heißt beispielsweise in Online-Shop-Bereichen, wenn ein Unternehmen für seinen Online-Shop beziehungsweise eben für die ganze Firma einen neuen Namen braucht oder für das Bekleidungsgeschäft oder für Möbelhändler, für all diese Bereiche kann man eben Namen finden. Das heißt zum Beispiel, das Ganze läuft so ab, ich gehe mal wieder auf die Startseite, ein Unternehmen, beispielsweise ein Friseur meldet sich hier an und sucht eben einen Namen. Dann melden sich hier die Leute an und dann werden eben viele Namensvorschläge eingesendet. Und derjenige, der dann eben den besten Namensvorschlag hat, der wird dann eben ausgewählt und wird dann eben dafür bezahlt. Man bekommt eben zwischen 100 bis 150, teilweise auch 500 Euro pro Name, der eben angenommen wird. Und man kann natürlich nicht nur einen Vorschlag geben, sondern man kann zahlreiche Vorschläge hier jeden Tag geben. Und das ist wirklich eine absolut geniale Sache. Und jetzt gibt es nochmal einen absoluten Bonustipp von mir. Und zwar, ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, man muss sich nicht mal selbst die Mühe machen, Namen zu finden, sondern jetzt gibt es nochmal einen absolut genialen Trick. Und zwar kommt jetzt einmal wieder eine meiner neuen Lieblingswebsites ins Spiel und zwar ChatGPT. Das ist hier eine künstliche Intelligenz, hatte ich ja auch in den letzten Videos schon mal erwähnt, deswegen muss ich da jetzt gar nicht mehr großartig darauf eingehen. Hier könnt ihr euch, wie gesagt, kostenlos anmelden und könnt dann hier euch einen Account erstellen. Und dann, wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So sieht das Ganze dann aus hier bei ChatGPT. Hier haben wir beispielsweise einen Roboter, dem wir alles fragen können. Das heißt, hier können wir jetzt mal die Frage stellen, zum Beispiel, nenne mir fünf Restaurantnamen für ein neues Restaurant. So, und dann klicken wir hier rauf und dann gibt er uns auch schon die Antwort. Und das Ganze wirklich extrem schnell. Zum Beispiel hier das Tafelhaus, der Gunmeh-Tempel und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es eben direkt extrem viele Vorschläge und das können wir eben in allen Bereichen machen. Das heißt, werden wir es jetzt mal so machen im Bereich Friseur. Beispielsweise, gib mir fünf Namen für einen neuen Friseursalon. Moment, wird so geschrieben, ja, Friseursalon. So, zack, zack, zack. Fünf Namen für einen neuen Friseursalon, Schnipp-Schnapp-Salon und so weiter und so fort. Das heißt, hier habt ihr eben die Möglichkeit, euch schon Namensvorschläge geben zu lassen, ohne dass eben ihr euch selbst die Mühe machen müsst, dass, ja, hier eben alles schon vorgegeben wird. Das heißt, ihr müsst euch nicht mal selbst die Mühe machen, eigenen Namen auszudenken. Ja, und jetzt werde ich euch natürlich gleich zeigen, wie ihr hiermit starten könnt, wie ihr euch anmelden könnt. Vorher noch mal ein kurzer Hinweis. Und zwar, wenn ihr auch noch mehr verdienen wollt und auch teilweise im Schlaf und ohne Gewerbe online Geld verdienen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch einige spannende Methoden verlinkt. Und zwar, wenn ihr starten wollt, klickt ihr einfach hier auf Anmelden und dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr euch entweder als Klient anmelden, also als jemand, der einen Namen sucht. Aber ich denke mal, die meisten von euch wollen Namensgeber werden. Das heißt, wenn ihr euch als Namensgeber anmelden wollt, gebt ihr hier einfach E-Mail-Passwort ein und meldet euch dann an. Dann könnt ihr hier schon direkt mit starten. Bekommt eine E-Mail zugesendet, bekommt eben dann euren Zugang zu eurem Account. Könnt ihr alles eben anlegen, eure Infos angeben. Dann könnt ihr euch schon hier mit den ersten Aufträgen auseinandersetzen. Könnt dann die ersten Namensvorschläge einreichen. Und wenn ihr etwas Glück auch habt, dann könnt ihr auch innerhalb der ersten 24 Stunden beispielsweise schon eure ersten 100, 500 oder sogar 1000 Euro verdienen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr einfach mal ein Geschenk im Wert von 400 Euro gratis bekommen könnt. Und nein, es ist kein Fake, denn über 20 Zuschauer haben das Ganze schon gemacht. Und du kannst das Ganze jetzt auch machen in drei einfachen Schritten, die ich jetzt ganz genau erkläre. Also bleib unbedingt dran. Und zwar in Schritt 1 meldet ihr euch auf dieser Seite an. Hier seht ihr auch mein Bild, Leon Kramer. Und hier könnt ihr dann euch kostenlos registrieren. Hier in wenigen Minuten, hier steht es auch für 0 Euro. Das heißt, hier drauf klicken und kostenlos anmelden. Dann öffnet sich diese Seite. Hier könnt ihr dann einen kostenlosen Account erstellen mit Wohnsitz. Dann dann Nummer und E-Mail und Passwort eingeben. Wichtig, ihr bekommt einen Sicherheitscode per SMS zugeschickt. Den müsst ihr eingeben, um zu bestätigen, dass ihr ein echter Mensch und kein Roboter seid. Und dann müsst ihr noch einen kleinen Einstellungstest absolvieren. Alle Infos zu den Tests habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort wird das Ganze ganz genau für Anfänger erklärt. Und wenn ihr dann den Test bestanden habt, ich werde euch dazu auch nochmal ein Video hier oben rechts einblenden, dann geht es weiter und zwar mit dem nächsten Schritt. Und zwar, so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann gebt ihr bei der Suche Finanzbonus zusammengeschrieben ein, ohne Leerzeichen, großes F, großes B, Finanzbonus, so sieht das Ganze dann aus. Dann müsst ihr hier das Ganze einmal auswählen. So, hier haben wir das Ganze und hier sehen wir schon, hier könnt ihr eben dann den Finanzbonus bekommen. Tatsächlich einen Bonus im Wert von über 400 Euro. Und dazu klickt ihr dann hier einfach auf das Kopieren drauf. Das heißt, hier dann raufklicken und hier dann das Kopieren starten. Entweder mit 50% oder mit 100% dann hier das Kopieren starten. Und zack, und dann, wenn ihr das Ganze gemacht habt und bestätigt habt, dann müsst ihr hiervon ein Beweisbild schicken, dass ihr ein neuer Kopierer seid. Und zwar an diese E-Mail-Adresse, die ich hier einblenden werde, finanzbonus400atweb.de. Und dann bekommt ihr von mir persönlich ein Geschenk im Wert von 400 Euro zugeschickt. Und ja, dann könnt ihr hier eben auch starten. Hier geht es eben darum, dass man eben sich ein passives Einkommen aufbauen kann. Das heißt, hier, wenn ich zum Beispiel 5 Euro Gewinn mache, macht ihr auch 5 Euro Gewinn. Wenn ich hier zum Beispiel heute vor 30 Minuten 180 Euro Gewinn mache, und das ist durchaus ein sehr, sehr gutes Ergebnis, dann macht ihr auch diesen Gewinn. Und das eben mit einem einzigen Klick. Und für alle, die hier als Kopierer schon dabei sind, habe ich euch eben diese Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Seid hier auf jeden Fall dabei. Und da habe ich auch einige Fragen zu bekommen. Und wenn man hier Kopierer werden möchte, muss man am Anfang einen kleinen Betrag eben einzahlen. Aber man bekommt eben auch hier täglich die Gewinne. Und man bekommt eben auch das Geschenk im Wert von 400 Euro. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch. Seid dabei. Link dazu in der Videobeschreibung. Holt euch jetzt noch euer 400 Euro Gratisgeschenk ab. Ja, nutzt diese Chance auf jeden Fall. So eine 400 Euro Aktion gab es noch nie. Geht jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und meldet euch hier über diese Seite kostenlos an. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein komplettes Tutorial zu der 400 Euro Aktion haben wollt, klickt jetzt auf das Video, was ich hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort zeige ich auch Schritt für Schritt, wie ihr den Einstellungstest bestehen könnt. Das heißt, klickt jetzt auf das Video, was ich hier in der Mitte einblenden werde. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.